10, 9, also 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ihr seid so ne Prankster. Wie kann ein Minustimer sein? Future, was los? Bro, ihr prankt uns zum dritten Mal, jetzt startet. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß, das ist schwierige Technik, save. Also Sky, bitte startet, save. Ich bin gerade echt getriggert, weißt du? Future, was ist los? Ihr könntet doch einfach... Hallo, was ist da los? Hallo? Hallo? Leute, was ist da los? Und damit willkommen zum ersten Minecraft-Taro-Event mit Theon Gaming. Hier in der ersten Folge geht es um Leben und Tod. Lasst den Kampf beginnen. Oh, ne, schon wieder sagt, ne, es endet jetzt wirklich wie beim PvP-Event. Ah, ne, es geht los. Oh mein Gott. Die Kisten sind nicht echt. Scheiße. Ey, siehst du mich? Siehst du mich? Hier. Ja, komm mit, wir hauen ab. Wir hauen ab. Siehst du mich? Leutings, fünf Minuten PvP-File-Phase. Ey, wo... Ey, wo bist du? Du solltest nicht weglaufen. Komm zurück zur Mitte. Ja, siehst du mich? Hier, Fishcrafter hier, neben dir. Wir laufen zum Tower, wir laufen zum Tower. Es geht los. Wir müssten dooten. Es gibt auch Truhen, habe ich gehört. Hör auf zu spammen, Tommy. Ihr müsst mit euren Mates zusammenarbeiten. Die Mates wurden im Vorderrein schon tausendmal geklärt. Bro, es laggt halt ein bisschen für uns, weil wir halt Bedrock-Spieler sind, ne? Aber ich muss sagen, es geht eigentlich. Es ist relativ schön. Gibt es hier keine Truhen? Äh. Ich habe gehört, hier gibt es Truhen. Wir wurden geprankt. Aber das geht höher. Ey, wenn jetzt hier nichts ist, dann töte ich mich. Ja, ich habe eine Axt bekommen. Ey. Egal, lass runter. Ich habe eine Axt. Leutings, seid ehrenvoll. Spielt ordentlich. Macht nichts Falsches. Ja, lass weglaufen. Ich habe ihn weggehauen nur. Ich will ihn nicht direkt töten. Ich bin nicht in Ehrenlos. Ey, ich laufe weg. Siehst du mich? Boah. Ich würde sagen, wir gehen am Arsch der Welt. Und gehen uns erst mal. Da ist ein Schaf, da ist ein Schaf. Ich habe schon... Ey, Leutings, macht ihr noch die Cordis aus eigentlich? Hä? Ach, hier ist ein Border. Oh, wir sind die World Border. Kacke. Wir sind die World... Ja, ich habe hier... Ich habe hier... Schwein. Bro, meine Mutter kommt einfach rein. Und klaut einfach was. Die bin. Doch, bau einfach ab. Es geht. Es lag gerade bloß ein bisschen. Weißt du, das ist halt dieses... Buggy, oh man. Aber egal, es hätte schlimmer sein. Ey, hier ist ein Drachenei. Oh. Ey, wir können die Häuser zettigen. Mein Live-Chat ist weg. Ah, jetzt ist er wieder da. Mein Skin sieht zu komisch aus, Leutings, weil das einfach durch das Editing so gemacht wurde. Ich habe schon mal Fleisch. Ach man, hier ist der World Border direkt. Ich würde sagen, wir bauen uns direkt runter, oder? Oh, Tommy ist raus. Let's go. Ah ne, er ist wieder drin. Ey, ich baue mich hier hinten runter. Siehst du mich? Future, falls du mich hörst, könnt ihr doch die Cordis deaktivieren. Also es laggt ein bisschen, aber ich feiere es irgendwie. Ich feiere es. Es hat schöne Vibes. Ey, siehst du mich hier hinten noch eigentlich? Ach so. Ich würde sagen, wir gehen unter die Tage. Es gibt aber noch keinen Hunger, das ist gut. Aber es ist schön, dass man sieht, was die anderen haben. Dann können wir sehen, ob jemand die hat. Baust du hinter uns zu? Bauen wir ein bisschen weiter zu, ne? Hast du, ach warte, ich hab eins. Du musst da durchkommen. Also wir haben jetzt, glaube ich, sogar eine halbe Stunde Zeit so viel. Hier ist ein Schwert, brauchst du ein Schwert? Hier, ich gebe dir mal ein Steinschwert. Sorry. So, ich hab, hast du noch Holz? Okay, wir kommen gerade nicht rauf. Ah, ne, mal, versuch mal, ob du runterkommst. Ah, leidens, Alter. Gut und selbst, bro, aber Jojo, ich antworte jetzt. Ah, nee, hör auf, ich muss sneaken. Jojo, alles gut. Hast du die Crafting-Mensch, oder hab ich die? Boah, was seid ihr für Käpper? Leute, seid ehrenvoll. Haut uns nicht direkt in der ersten Folge raus. Ich werde euch sonst so eine Hasstherra da raussetzen. Aber wir hatten noch Schutzzeit. Wir hätten noch draußen bleiben können. Ey, Daniel, du bist doch im Chat. Hör auf, gegen die Riege zu verstoßen. Raus mit dir. Daniel, ihr dürft uns nicht in der ersten Folge rausholen. Ich hab kein Holz mehr, wir müssen da raus. Mit No Name. Nein, du nicht. Alles gut, Krawall, Mädchen. Obwohl, wussten die direkt, wo wir sind. Bro, ich weiß auch nicht, warum die die Kordis nicht ausmachen. Oh, Leganga ist raus. Ich bin draußen. Die sind noch da. Der kommt. Ah, ah. Da, er läuft weg, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Geht doch weg. Geh weg. Komm doch weg, komm. Komm, beginn. Bist du hin? Ich glaub, ich hab heute, ich hab heute, ich hab heute. Bro, hier ist schon wieder Borde. Wir wollen dich doch verarscht. Hier ist. Bro, wie gearbeitet. Aber irgendwie ist es doch geil. Weißt du? Komm, wie hier lang? Ich würde sagen, wir... Oh, hier ist eine Ruine. Nein. Pulverschnee. Ja, ich baue mich. Nein, bau die Schnee bei mir ab. Ich hab's. Nee. Da dürfen Back, ja bestimmt. Schaffst du's raus? Wirklich? Ah, das ist ein Admin. Ah, ich hab Lederstiefel gefunden. Danke. Wow, das... Also, ich hab gedacht, die Truhe bringt uns jetzt so ein bisschen Code oder sowas. Aber nein. Du weißt, was da drin war? Leder schon. So, ich würd sagen, wir gehen jetzt mal hier weiter längst. Strange hier an die Seite. Siehst du mich noch? Ja, ich bin bei der... Ja, hier hin. Also, ich hab ne... Geht doch Eisenfarm. Ja. Oh mein Gott, ich hab ne Truhe bekommen. Let's go. Ich würd sagen, wir nehmen uns jetzt hier das Eisen... Äh, das Eisen, den Baum noch mit und dann gehen wir. Dann gehen wir runter in die Erde. Ich glaub, das auch nicht. Guck mal, ob du vielleicht ein Zäppling oder so bekommst. Ja, okay, lass runter, lass runter. Äh, baust du... Du baust dir mir zu, ne? Mit Erde. Oh mein Gott. Ich schaff das nicht. Der erste kam. Neulichens, das wird jetzt echt dunkel, leider für euch, aber wir müssen das hinbekommen. Oh Gott. Die haben den Brunnen gefunden, was? Oh, wir haben noch 19 Minuten... Schließt 9.40 Uhr. Oh, haben wir jetzt noch länger Zeit? Aber es ist schon krass, was die gemacht haben. Aber es leckt eigentlich gar nicht so stark. Also ich hab jetzt gedacht, also jetzt... Wir können keine Blöcke oder sowas. Ah, ich brauch eine neue Picke. Was ist? Ich hab heute... Wir haben Zäpplings, bro. Ich muss grad selber erstmal eine machen. Warte, wir brauchen uns noch ein bisschen runter, weißt du? Weil wir brauchen ja irgendwas. Weil draußen rumlaufen ist, glaub ich, zu riskant. Wir versuchen uns auf die alte Streetman Art. Leeren Buchhauts, was geht? Dunja, aber herzlich willkommen im Stream, was geht? Hey, hey, Mordsehen übernimmt. Sonder, herzlich willkommen. Vier und klar, Ausrufezeichen, Riem, Ausrufezeichen. IP, wenn ihr Bock habt. Bro, kommt hier auch mal irgendwas? Na gut, wir sind auch... Ach, scheiße, wir sind auch für 100 Head. Der war meint. Ah, ich hab' Kohle, egal. Wir machen einfach hier kurzes Lager, okay? Ich hätte mal hier ein bisschen aus und dann machen wir uns ein bisschen hier. Mach den Eingang einfach hinter uns wieder zu. Team David, herzlich willkommen. Vico, ihr informiert die ganze Zeit bitte den Stream. Danke. Ah, bro, wir hatten einen holprigen Start, aber hier ist ein bisschen besser durchgekommen als gedacht. Hier hast du eine Picke, kannst du mal weitermachen. Ich mach' uns mal kurz. Naja, ich hab' ihn auch ein bisschen gehittet, aber... Ja, true. So, also wir haben jetzt hier für Fleisch, können wir uns mal... Ich mach' mir mal auch eine zweite Picke. Achso, ich hab' grad vergessen, wieso konnte ich nicht craften? Nein! Geil. Ich hab' grad gedacht, ich konnte alles zu Holz machen und guck mal, was passiert ist. Okay, bro, ich riskier's, okay? Ach, man, Leute, können die mal die Cordis aus... Nein, ich hab' ja die Kontrolle nicht darüber. Könnt ihr mal versuchen, Future zu erreichen, bitte? Nee, nee, das ist ja von denen eingestellt. Diese Villager. Ich hab' gleich vier Holzstämme. Aber man sieht ja unsere Namen gar nicht. Ist mir grad auch aufgefallen. Ach! Ja, komm, runter, runter, runter. Komm, geh runter, geh vor mir. Also, ich hab' ich... Hast du irgendwie eine Spitzhacke für mich? Ich mach' mal kurz ein paar Fackel. Ah, ich hab' keinen... Kannst du mir... Ah, nee. Hier ist ja Kohle. Wieso sneaken wir eigentlich die ganze Zeit? Wir können eigentlich hier rumlaufen. Wir haben doch... Hä? Hä? Ich schreck' das gerade. Achso. Toll, wieder Herzbeck. Ich hab' uns mal vier Fucky Larrys gemacht. Ich geb' dir mal auch ein bisschen Holz. Komm mal her. Hier, Hälfte. Aber wir haben auch noch keinen Hunger, das ist gut. Ey, Tim. Bro. Verlange ich, dass ich lesen soll. Ey, wir sind grad in Taro, ihr Wendt. Bro, das einzige, was wir... Also, einziges Ziel ist heute Eisen. Wie viel Eisen hast du? Ja. Geil, mach' ne Picke draus. Kannst dir zwei... Ja, kannst dir ne Picke machen, dann mach' dir da noch ein Eisenschwert. Oder ein Eimer. Zenita, was geht jetzt? Willkommen. Und das jetzt jeden Abend. Ach Gott. Aber wir haben ja zwischen 19... Wir treffen uns meistens einfach 19.30. Das ist, glaub' ich, passender für dich, oder? Ne? Ja, siehst du. Hä? Schaffen wir doch easy. Ich hab' morgen noch frei und übermorgen... Ah, nee, du musst ja arbeiten. Nein, meine Picke ist kaputt. Hab' ich noch einer? Ja. Ich hab' direkt zwei. Also kannst du nachher, wenn du fertig bist, gern mit den Sachen weiter runterkommen, ne? Dann brauchst du ein bisschen zu hinter uns. Und will noch ein bisschen Kohle mit, da war noch was. Ich glaub' Tommy wird sich die meisten Feinde machen. Die meisten Feinde machen. Ich weiß, Daniel hat schon gesagt, die wollen dich unbedingt haben. Aber das werde ich... Oh, ich hab' ne Hülle. Ja, ja, mitnehmen. Oh, hier ist Wasser. Also, Leute, nur als Tipp, ihr könnt doch, glaub' ich, soweit ich weiß, auch in der fernen Zukunft vielleicht sogar abstimmen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Müsste ich mal die anderen noch fragen. Jetzt kommt ihr abstimmen für Loot Drops, für die Mates. Äh, für die Teams, ne? Bist du da? Ja. Deswegen meinte ich Wassereimer, ne? Wollen wir runter? Hier ist Wasser. Oh! Ich bin grad richtig aufgeklatscht. Hier ist halt gar kein Eisen oder sowas. Weißt du, was wir brauchen? Dieses komische Flaschbiome, oder wie das heißt, mit den ganzen Pflanzen. Dann können wir uns einen Baum hier unten machen. Und wir sollten versuchen, so wenig Fackeln wie möglich zu verwenden. Also, hinter uns war noch Kohle, aber die können wir später... Hier ist aber auch kein Eisen. Nix, ne? Bro, ich bin grad auf dem Tower of the World, Bro. Da kannst du ja nicht drauf kommen. Bro, ich hab noch nicht einmal Eisen gesehen. Mach, was du denkst. Ey, du... Ich glaub... Irgendwie glaub ich, dass die... Haben die das Eisen... Ah, hier ist der Border schon. Hier kommen wir nicht weiter. Haben die das Eisen ausgestellt? Also, wir müssten eigentlich weiter runter, oder? Bro, wir sind aber schon in Höhe 49. Das ist eigentlich schon perfekt für Eisen. Oder bin ich jetzt ganz lost? Ja, passiert. Ach, oh mein Gott. Egal. Ach, unsere Falle. Die lägen dem... Okay. Ah, da ist Kohle. Hier kannst du... Nimmst du die Kohle mit? Hinter uns? Ah, hier geht's weiter. Hier ist nochmal Kohle. Oh, hier geht's rein. Also, man, hier ist so eine schöne Cave, aber hier ist nix. Junge, Future, habt ihr das ganz eiseln deaktiviert? Nein, alles gut, haben die safe nicht, aber... Junge, wir haben so... Wie kann man so bad Pech haben? Aber Future, falls du mich irgendwie hörst, es wäre echt dingsgeil, wenn ihr die Kord so ausmachen könnt für nächstes Mal. Ich glaube, wir können das jetzt nicht ausmachen, weil der Server jetzt online ist, aber für nächstes Mal, ne? Wäre nett, aber habt ihr gut gemacht. War ein guter Start. Die erhöhe es ja weiter unten. Wieso? Nur weil ich ein Taxi Iceball bin. Hast du die Crafting-Bench hinstellen? Kannst du eine neue craften? Ja, ich habe noch 13, also alles gut. So, komm, 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 komm. Ja, wir haben einfach viel Glück, ne? Kannst du mir mal... Ah, nee, alles gut. Hä? So kann ich mir kein Schwert machen? Ach doch. Ich war auf der falschen Seite. Also, ich habe jetzt voll Eisen. Ich habe jetzt ein... Danke, dass du mir irgendwie schrotzt. Ich gehe mal schon mal weiter, ne? Pass auf, hier geht's runter. Nein, ich habe Holz gebaut. Ah, ich habe Holz gebaut. Eigentlich ist das gut, wenn wir meinen Chef finden würden, ne? Ich baue mal hier so einen kleinen Parcours runter, ne? Ich muss ein bisschen Parcours üben. Alter, hier ist richtig Eisen. Ich bin unten. Wir haben noch, ich glaube, vier Minuten oder so. Ich nehme mal hier unten Eisen mit. Also, ich bin jetzt noch weiter nach unten gegangen, ne? Höhe zwei sind wir jetzt. Dadurch. Oh, ich habe jetzt schon drei... Also, wir können uns hier voll Eisen fahren, mindestens schon mal. Er macht's in der Brustplatte und ich farm hier Eisen. So läuft das also heutzutage. Wie viel hast du denn schon gefarmt, hä? WTL? Was? Bro, ich bin froh, ich habe sechs Eisen gefunden. Aber ich habe hier eine fette Quelle. Also, wir können jetzt, ich glaube ich, heute schon die Eisenrüstung machen. Vielleicht kriegen wir noch so ein Zehn-Minuten-Begrenzungszeit, wisst ihr? Vielleicht gibt uns das mal auf dem Lass. Wir gucken mal. Alter, hier ist ein Squid. Squiddy! Ey, was geht? Ey, ich wollte ihn natürlich nicht schlagen. Ich habe ihn auch nicht geschlagen. So. Islam, ich ignorier gerade den Chat, Bro, weil ich gerade am Spielen bin. Das tut mir sehr, sehr leid. Das müssen wir die Monster mitteilen. Ich freue mich schon auf den Cutter, der das alles cutten darf. Ich cutte das doch nicht selber. Kriegt auch eine geile Überraschung. Ja, hier gibt es, ich weiß nicht, ich will eigentlich hier nirgendswo runtergehen, weißt du? Ich habe Angst, dass jeder Ecke jetzt hier so ein Kack-Lava-Fluss kommt und mich tötet. Ich weiß nicht, warum. Aber, Bro, wir hatten die ganze Zeit kein Eis und jetzt haben wir voll Eisen gekübt gleich. Ich komme mal zu dir zurück. Bist du weiter runtergegangen in die Höhle? Dann komm mal runter mit den Öfen. Du hast die Kraft. Ne, nimm doch mit, ich habe hier unten, kann ich dann noch einen Öfen machen? Dann haben wir zwei und ich habe ja noch Kohle. Geht schneller. Weißt du? Geht schneller. Weißt du, so zwei Öfen? Aber die Höhle geht definitiv noch weiter. Definitiv. Oh Gott, ich hasse diese Stalagneten. Boah. Schon Dias? Leute, hat wer schon Dias? Hey, Bro, dieses Chat. Wir haben schon einen Dias. Bro, ich hasse diese Teile. Ich sag dir. Ich weiß was. Ich stabil, wie wir hier drin hocken können. Och, Alter. Ey, reicht doch mal langsam. Frau Lines. Ich bin, glaube ich, zu weit weggelaufen. Ich laufe mal lieber zurück. Boah. Boah. Okay. Ja, nee, komm. Stell mal Öfen hin. Stell mal hier Öfen hin. Dann kann ich auch. Ah, nee, ich hab noch einen. Ah. Ne? Lustig. Ich hatte die ganze Zeit einen dabei. Aber ich bin auch dafür, wir brauchen... Wir können uns jetzt noch keine Schilder machen. Also ich bin dafür, wir müssten daraus setzen, dass wir entweder jetzt dieses Biom bekommen, was ich vorhin beschrieben habe. Bro, weißt du? Oder halt... Also eine Lush Cave. So heißt die Lush Cave. Oder Hype Katschofan. Oder Heisambro. Oder wie nennt man das nochmal? Eine Mineshaft. Du hast wieder ein einfacher so eine Mineshaft, dass wir den Holz da drin haben. Oder auf einem Netterportal, dass wir eine Netter können. Und dadurch dann das Holz verwenden. Aber ich glaube, das ist sehr riskant, wenn wir das machen. Und am Ende würde ich sagen, falls mein Cutter mich hört, könnten wir ja immer so Memory-Foto reinmachen von denen, die gefallen sind. Also Rest in Peace, Andi Ganger. Der Erste, der gefallen ist, mein Bruder, du hast es echt verschissen. Nein, Spaß, Andi Ganger. Gut gespielt. Ja, der kann dafür, glaube ich, gar nichts, aber egal. Und an alle... Ja. Dieses Video... Hey. Hier besteht nur daraus, dass wir weglaufen und uns gegenseitig irgendwie denken, wir sind Gegner. Mobs sind an Online-Mobs sind an. Wollt ihr uns verarschen? Bro. Ja, wir brauchen Fackeln. Mach sofort Fackeln. Mach sofort Fackeln. Wir brauchen Fackeln. Bro, ihr seid doch irre. Ich habe noch drei, ich kann noch kurz machen. Ich schütze euch mal kurz. Ich mache schnell ein paar Fackeln, also du brauchst keine machen, alles gut. Ich glaube, ich mache jetzt, würde ich sagen müssen... Alter. Du kriegst Angst, was? Hey, hi, Team Pace. Was für Schnösel. So, allerdings, Alter, wir haben die erste Rüstung schon mal geschafft. Hi, Tobi, herzlich willkommen ins Stream, Bro. An alle, die das Video dann später sehen sollen. Leidings, wir sind gerade im... Wir sind gerade in einem Video, also wundert euch nicht. Tim, wir haben von Netherite. Ihr könnt nicht mal von Netherite haben, hä? Hast du noch Essen? Tommi. Oh ja, hast du Äpfel? Lecker. Bro, in Islam, äh, ich habe noch mal deinen Tipp. Bro, das ist ein Zombie. Chillax. Hast du eigentlich das Eisen bei mir rausgenommen? Ich denke, ich frage mich die ganze Zeit, warum das immer weniger wird. Ja, kannst du mir mal was abgeben? Also, ich würde mir gerne mal so eine Hose machen. Du weißt schon, so ein Eisbär ohne Hose ist wie ein Matrose. Ja, okay, also geht kein Sinn, aber... Danke dir, ich gucke mal kurz hier ein bisschen weiter, okay? Bro, ich hasse diese... Ich hasse diese Stalagniten, Stalaktiten, wie man es nennt. Wenn mich wer aufklären kann, was nochmal was war, das wäre nett, danke. Oh, ein Creeper, komm. Das wird jetzt... Hier, das wird fürs Thumbnail, kapi. Oh. Ach, wo er im Baru direkt runtergefallen ist? Ja, ach so, stimmt. Stimmt, er ist runtergefallen von der Klippe. Hä? Ach, das war's für heute, schade. Das war's für heute. Leutdings, danke an all, die zugeschaut haben. Danke für das, lasst mir eine positive Wertung auf den Part drauf. Dankt euch. Ollis, denn bitte nochmal Memories an. Leganger, bitte, der ist gestorben. Das war's. Das war's.